Och Peach, was machst du denn jetzt? Was kannst du eigentlich? Alter, nein! Doch, ach! Bleib nicht stehen, Mensch! Geh weiter! Spaß, eh! Get ready! Hallöchen, ihr Lieben! Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wunder, Wunder, Wunder! Okay, ist gut, ich höre jetzt auf. Oder vielleicht nicht? Naja, egal. Wir sind in der letzten Partie hier stehen geblieben. Der von Kampfparty Wolken Arena. Ja, jetzt geht es weiter hier mit das perfekte Timing. Los geht's. Okay, ich ahne Böses. Wenn hier schon Timing ist, das heißt, du musst schnell rennen. Wie hier ein Wahnsinniger. Also los. Fuck, ich ahne Böses. Verkackt. Tch, tsch, 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 tsch. Och Peach, tsch. was machst du denn jetzt was kannst du eigentlich ganze nicht mal eine hoch schwingung hier sitzen nicht geht hier nicht los jetzt geht es hier aber richtig nur sehr das gibt mir ich eher auf den fratz zu also dämlicher kann man sich nicht sein oder lasst mich doch alle haben hier habe ich jetzt zwei ja ich brauche jetzt aber den dritten weil ohne diese dritte kriege ich das nicht hingeschissen hin jetzt sechs ein halb stunden spät Oder sie springt scheiß, merkt man, aber es war ganz in Ordnung. Ich sag ja, das liegt daran, wenn ich zu viel springe hier dabei, das liegt an der Punkt. Das ist wirklich so, Leute. Alter, nein! Bleib nicht stehen, Mensch! Geh weiter! Da Luigi besser kann auch, werde ich das mit Luigi verwenden lassen. Bruder, Yoshi. Eins von beiden. Guck, was hab ich hier euch gesagt. Luigi ist der Beste. Aber manchmal kann das auch nicht gehen. Aber Luigi kann man's! Das war so knapp. Oh, fuck. Oh mein Gott, RENNNNNNN! Ja! Ja, danke! Scheiß auf Flagge! Scheiß drauf! Das war richtig, war echt lustig. Boah. Oh nein! Geh raus! Oh. Boah, was nervig. toe. nächsten tag ganz beenden lassen wir machen noch weiter mit der abzeichen springfeld das geht's ich werde das noch nicht sein denn noch für erste fahrt es muss jetzt will ich das weitere gott ich hasse diese sprünge sagt oh mein gott diese springe ist doch das was das geht's nicht ernst geht doch wie die letzte wurde ich geschafft ach nee warte der sprung war nicht das beste aber diese sprung fehler ist auch scheiße ich hasse die fähigkeit des abzeichens das ist nicht meine stärke das ist wirklich das erste was es gibt wegen ja auch nicht toll gemacht jetzt haben wir sogar das abzeit was sogar wenn es hat geschickt weil wir vielleicht wissen nicht vielleicht auch lächerlich sogar auch muss ich den ganzen mist bringen lassen verdammt noch eins das machen so da machen wir jetzt hier erst in der nächsten part weiter wenn euch gefallen hat daumen hoch geben social media alles könnt ihr ruhig machen und man sieht sich hier in den nächsten part wieder macht's gut euch und tschau thank you very much ihr könnt auf den links hier die letztlichen videos und die players anschauen und den rechten die abonnieren und die glocke aktiv um keine videos zu verpassen